Über den Highway ballern. Also kein Fehler. Was war das denn? Und damit wieder ein recht herzlichstes Willkommen hier zurück zu Need for Speed Unbound. Schön, dass er wieder eingeschaltet hat. Das freut mich sehr. Wir sind wieder am Start. Ich bin, wie gesagt, schon offline zum nächsten Event gefahren. Wie im letzten Part angekündigt am Ende. Das waren zwei Meter. Also direkt um der Ecke. Hier haben wir jetzt ein, ähm, Mann. Ein A-Plus-Rennen. Ein Straßenrennen. Können wir mal wieder unseren Evo auspacken. Ja, noch ein Takeover, ein A-Plus. Boah, kann man machen. Muss ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Passt eigentlich. Wir nehmen hier das Geld mit, wo wir allerdings, welcher ist da jetzt der Richtige? Der hier. Ähm, erster werden müssen. Sonst verlieren wir ja alles. Aber ich denke mal, das sollte kein Ding sein. Kriegen wir hin. Okay, den Start habe ich komplett verkackt. Los geht's. Das LPD hat echt was gegen dieses Rennen. Wow, du kannst das dem nicht. Was ist das? Du konntest dich schon nur umverlieren. Tieterson hat mehrere Umfälle gebaut, Zentrale. Was? Okay, okay. So ist das also, ne? Wie es aussieht, habe ich kein Korrekt. Ich mache das ja nicht nochmal. Das gehört? Ja, das zieht halt nicht. Na, der Evo, Junge. Der Evo reißt es wieder. Danke. Hubschrauber-True hier. Wir geben die Verfolgung auf, um aufzutanken. Wir geben die Verfolgung auf, um aufzutanken. Warum hatten wir das jetzt nicht als Luft gezählt? Was mein Geld nicht verdient. Irgendwie bricht der jetzt auch aus, nur beim Lenken. Kann es sein, dass wir was an dem Fahrverhalten geändert haben? Egal. Wir haben es ja geschafft. 18.750. So, auf zum nächsten. Ja, das lasse ich jetzt mal aus. Hier haben wir gleich das nächste. So und sich das. H+. Hm. Ja, komm. Wir sind gerade da. Wir müssten sonst so weit fahren. Dann nehmen wir das halt noch schnell mit. Ey. So, machen wir das noch schnell weg hier. Duat, 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 duat. Mit dem natürlich. Tolle Wetter. Auf geht's. Diesmal den Start nicht verkackt. Wie gefällt dir das? Wie gefällt dir das? Du bist ziemlich gut. Danke. Manchmal bin ich gut. Okay. 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 Das sieht nach echt viel Ärger aus. Ich verfolge sie. Das läuft sehr gut, das Rennen. Was ist denn los jetzt auf einmal? Mein Geld gehört mir. Sonderwagen einsatzbereit. Das spiel macht es mir gerade irgendwie ganz schön einfach. Ich meine, ich bin nicht meckern, aber ich bin es anders gewohnt. Okay. Das hat sich nicht geändert. Schauen wir mal, wo wir schon wieder hinfahren können. Ach. Hier. Toll. Zeigt mir hier Events an, aber wird nichts mehr drin angezeigt. Okay. Whatever. Dann haben wir hier noch. Oh. Ahren. Noch. Das müssen wir noch machen. Nein, siehst du nicht. Du siehst mich nicht. Okay. So. Äh. A plus B fällt aus. Obwohl Takeover. Wir könnten aber mal den S2000 dafür mal testen. Bei Drifttechnisch war der ja jetzt nicht ganz so geil. Aber wir machen erstmal das Straßenrennen. In A. Die maximale Wette nicht. Aber Ovi. Den. Gegen den können wir fahren. Das nächste Nummernschild habe ich bei dem S2000 noch gar nicht geändert. Kann ich auch bei Gelegenheit noch machen. So. Auf geht's. Los geht's. Los haben wir zwei Runden. Okay. Ey. Aua. Was ist denn los jetzt hier? Alter das Fahrverhalten von den unterschiedlichen Fahrzeugen ist so unterschiedlich. Was ein scheiß Satz. Ich glaube ich muss den hier nochmal. Ey. Anders einstellen. Wie es aussieht habe ich Konkurrenz. Dein Geld. Mein Bankkonto. Was für ein Team. Und jetzt. Voll Speed. Los. Mit Gas. Oha. Wo kam die denn jetzt her? Im Wunder dass ich gerade keinen Überschlag hatte. Oh Gott wir sind schon in der zweiten Runde ne. Na ich weiß nicht. Müssen wir erster werden. Sonst auch 10.500. Die Wetter haben wir in der Pasche. Oha. Muss nicht unbedingt sein. Neu starten muss ich es jetzt nicht. Ja das könnte durchaus sein. Waren wir jetzt weiter. Meine Güte. Oha. Oha. Gut wie immer schauen wir uns das nächste Event an ey. Jetzt geht es aber hier auch Schlag auf Schlag ne. Eins nach dem anderen. Dann. A plus. Sind hier gerade in der Nähe. Hier hatten wir nichts mehr. Dann nehmen wir das gleich noch. A plus. Auf gehts. Ja ja. Die Kopfs sind nervig. Extremst nervig. So. Äh. A plus. Na dann. Do it. So. Was ist denn das für ein Rennen. Sprintrennen. Okay. Hallo. Maximale Wette. Nö. Cha Cha. Den nehmen wir. Wir haben passt 100.000. die. Nach hause gebracht werden wollen. Nach hause gebracht werden wollen. Mach es wieder Highspeed hier ne. Sind wir wieder schön im Drehzahlbegrenzer. Über. Übern Highway ballern. Also kein. Ne. Fehler. Was war das denn. Gut. Warte. Starten wir gleich neu. Was auch immer das gerade war. Na klar. Ich darf alles. Ah. Was. Was. Was zum. Was ist denn jetzt los. Was. Ey. Ist das dein. Scheiß Ernst. Alter. Ist doch nicht euer Ernst. Hier schon wieder. Ich will gleich auf die rechte. Fahrbahnseite. Ey. Das geht ja gar nicht. Lass mich nach vorne. Ich will wieder Aggressionen hier. Okay. Auf geht's. Nein. Ich muss auf die linke. Oh. Was. Nicht schlecht. Ey. Mann. Zwei Neustarts schon für den Mist hier verbraucht. Was machst du denn. Ja. Hau doch mal ab. Ich lass mich nach vorne. Ey. Ganz vorne ist auch noch einer. Zwei. Ne einer. Ja. Okay. Aber ich komm nicht ran. Weil meine maximale Geschwindigkeit beglänzt ist. Toll. Die Karre ist nicht schneller. Willst du noch mehr davon? Heute nicht. Ja. Ja. Den ersten Platz können wir wohl voll knicken. Bei noch einem Neustart werde ich jetzt hier nicht opfern. Ich muss mal gucken ob ich irgendwie die Höchstgeschwindigkeit von dem Ding hochkriege. Na komm. Nervig. So. B werden. Nein. Nein. Nö. Da ist 56.000 da unten. Hier unten können wir das Auto gewinnen. Takeover in S. Easy. Und hier. Polestar 1 von 20. 2020. Das ist doch ein E-Auto oder? Bleh. Wer will denn schon ein E-Auto haben? Bleh. 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 Aber wir gucken uns das trotzdem an. Bleh. 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 Dann kümmern wir uns mal um den Polestar. Ne 32.000 für ein E-Auto-Opfand. Ich würde da nicht mehr fahren wenn ich noch Geld zusätzlich geschenkt kriege. Ja. Wir machen es dennoch. Die Spritzen war wieder im Porsche und langsam mal Zeit wieder hier. Am Tag werden wir ein Rennen ohne Kopf fahren. Wir halten die Ziffer ohne Blick und nehmen die Verbeugung auf. Verrückt? Ja, das ist die Liste. Ich habe das Ziel, die Liste. Ja, was da da vorne schon wieder ein Gas gibt, ne? Ja, das ist die Liste. Das ist die Liste. Ja, das ist die Liste. Hey Junge, mach jetzt kein Mist da vorne schon wieder. Team, wie können wir euch helfen? Oh nein, ich hab die Sicht geändert. Nee, wir müssen starten, oder? Lass mich vorbei. Ach man, nur weil ich auf diesen Scheiß Sichtknopf gekommen bin. Oh! Ich kotze ab in dieser Folge, was ist denn das hier heute? Hm. Ist das jetzt die richtige Sicht hier? Ich glaub die hier, ne? Lass mich durch! Ich will gewinnen. Gibt ein super geiles E-Auto zu gewinnen. Deswegen reiß ich mir hier grad meinen Arsch auf. Schuss gegen Autos! Das wirst du bezahlen! Das hast du gar nichts gewonnen! Das war ne richtig dreckige Kurve. Das war ne richtig dreckige Kurve. Ey, Offroad ist der mit seinem McLaren so krass unterwegs. Wie geht denn das? Das war totaler Mist schon wieder. Sehr schön, sehr schön. Endlich machen die Cops mal was. Meine Kohle kriegst du, aber mein Style hast du nicht. Und tschüss. Alter, aber weiter! Okay. Verfolgung wird fortgesetzt. EA möchte gerne die Spielzeit in die Länge strecken. Ja. Gut. Dann hauen wir mal wieder ab. Das mach ich aber offline wieder. Auch nicht schlecht. Mit den Streifen hinten dran. Ja. Machen wir wieder offline. Dann sind wir nämlich jetzt leider hier schon wieder am Ende. Damit sage ich erstmal wieder recht herzlichsten Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr denn wollt, sehen wir uns im nächsten Part von Need for Speed Unbound oder einem anderen Video wieder. Vielen Dank. Hau da rein. 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 Hau da rein.